man würde jetzt früher sagen der rennt aber da immer nur 50 euro bei ein eurofach bei rumkommt weiß ich nicht ob das so wirklich offen ist da denn das fehlt man nach oben sehen wir die gewinner besser also wenn echt hier nicht mal verlängerung kommen früher hatte man hier über hunderte von beispielen er will pause machen ich sehe unten die uhr die eier hätte es auch mal voll machen können also echt jetzt komm jetzt ja mal kurz vor schluss bin hier mal gespannt auf 1 euro also schön sehr schön so schnell kann sich das glatt wieder wenden das war noch mal gut kurz vor schluss wieder glück gehabt noch endlich mal wahnsinn ich dachte schon er zieht alles so weg hoffentlich revanchiert er sich jetzt mal wir brauchen die lampe am besten direkt und es kommt keine lampe bis jetzt es ist schlecht keine weitere lampe schade und jetzt bitte mal die lampe da ist eine lampe da ist eine lampe und wieder eine lampe und 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 oh wieder die lampe schön reichlich Asser aber keine Klasse auf jeden Fall der Tempel das wären auch 50 Euro gewesen wenn nicht schon so weit gewesen wäre mal 53 Euro Au endlich schade da haben wir es mal gesehen ich löse dafür jetzt im Buzzer aber noch aus endlich mal ein bisschen was hier was passiert und Buzzer 1000 Euro wären cool 50 Euro 1 1 1 Untertitelung des ZDF, 2020 Schau mal her, das ist mir nicht mehr Teil, so jetzt, auf 1 Euro, mal schauen, und, kommen mehr Münzen? 5 Euro, 5 Euro haben wir schon, das sind 10, 40, nee 100, 100 müssten das sein. Oh, 10 Euro sind es schon. Und, 5 Euro, wird es mehr? Oh, 10 Euro, 40. Schade. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Na ja, nicht ganz so viel wie eben. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh. Das war doch mal nett. Es war so klar. Es war so klar, dass der nicht mal hoch sprengt. Ich glaube, ich wollte es mal probieren. Ich glaube, es war so schnell. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Na, kommt da noch was? Komm, mach noch ein bisschen. Oh, schön. Oh, sauber. Und? Schade. Sauber. Du hast doch mal eine nette Zugabe. Sauber. Sauber. Sauber.